Willkommen zurück bei agga.io Wir spielen heute mit Teams Und hier ist eine riesige Sonne, die Kugeln ausspuckt, das ist mir neu Ich lasse mich einfach überraschen, wir fangen mal an Und wir sind ein ganz kleiner Geist Sind wir nicht süß? Hier ist es einfach so, die Farben können sich gegenseitig fressen Aber zum Beispiel der Rote können mich fressen, der Blaue aber nicht Ganz einfaches Prinzip und Grün hat gerade einen dezent großen Anteil, wenn ich das mal so sagen darf Gut, damit habe ich nicht gerechnet Scheiß drauf, wir fangen einfach nochmal an Wobei ich hätte damit rechnen können Wenn der so blöd davor wartet und überlegt, hä, was mache ich denn jetzt? Ja, es gibt so die Momente nach einem langen, harten Schultag Also, das war jetzt ein sarkastisches Husten Wenn der Schulterklang hart war, dann Ja, dann weiß ich nicht, was das sonst für Tage sind, wo man zehn Stunden arbeitet Dann ist das ungefähr eine Plackerei oder irgendwie sowas Ja, kann man machen, muss man aber nicht Oh, ein Trauer-Smiley Oh, ist er nicht süß Junge frisst man nicht meine Punkte Das sind alles meine Punkte Wo muss ich auch dran gewöhnen, nicht auf andere zuzufliegen, dass man die essen möchte Das geht ja hier nicht Also auf andere schon, aber die sollten dann halt Nicht unbedingt die gleiche Farbe haben Ist es dezent ungewohnt Genau, fütter mich rot Ja, ich fütter dich gerne an rot Kannst aber auch mich füttern Würde ich mich auch freuen Halt, so rum Und wenn wir jetzt so fliegen Dann kann es sogar passieren Dass wir dann wieder Oder dann sollte es passieren, dass wir wieder ineinander Wow The fuck So, jetzt haben wir uns erstmal wieder verbunden Da bin ich schon mal ganz happy Der Anteil von Grün wird deutlich kleiner im Vergleich zum Anfang Eu Da haben wir Cook und Hai und Gürtchen haben wir doch auch Also Pickel waren jetzt leider hier Na, waren jetzt glaube ich diese Gräuken Diese komischen, sauren Gräuken im Glas Thomas Thomas No Wieso nicht Thomas Yes Na, von welcher Seite kommst du? Okay, dort oben haben wir Cook Das ist blöd Da hauen wir mal ab Genau, komm Erde Erde ist gut Noch hier und der George Ja, George George ist gut George ist sehr gut Ich will ihn Alter, ernsthaft Oh, die hätte ich gerne Oh Boah, alter Das wäre jetzt lustig geworden Einfach mal ganz, ganz viel Grün weg Also ich glaube, wir sind gleich tot Gestern war ich auf Platz 6 Aber verdammt, ich habe den Screenshot nicht gespeichert Ach Mist Habe ich extra nochmal Auszug von gemacht, da ich den speichern kann Aber dann Daraus wurde dann leider doch nichts Alter, wie klein wir wieder geworden sind Ist ja unglaublich Ach, Zocker, ey Lass mich in Ruhe Ja, ist hier, ey Alter, die vielen Grün hier Wo sind denn ein paar Blaue, die mir helfen? Alle weg Ah, nee, da sind welche Domination Ja, Domination ist gut Da ist Hitler Ja, wird auch ganz oft gesehen hier Ja, gut, Mann Ja, da passt gleich der Nazi dazu Sehr gut Alter, was da los ist? Ey Oh, die Erde Und Hitler Oh, ja, noch ein Hitler Es gibt ganz viele davon Ich verstecke mich mal bei Blau Hey Blau, hallo Kuscheln? Kuscheln Ich bin eine kleine böse Kugel Äh, was? Nein Von oben kommt ein Grün Oh, nee, der Zocker schon Lass mich in Ruhe Ah, nein Zu dem will ich auch nicht Wow, 283 Punkte Ist bestimmt neuer Rekord Ich hatte ja gestern nur schon mal 1500 Ah, schwierig Ich hab's noch kommen sehen Ich hab's noch kommen sehen Ich bin dafür Wir machen jetzt nochmal ne Runde frei für alle Oh, sind wir Wir werden schon verfolgt Ist das nicht zum Kotzen? Da sind noch mehr Menschen Alter, hell das Mich in Ruhe Ah, wir sind wieder da Alter Leute So viele Ah, nein Lasst mich Lasst mich Ihr seid mich alle in Ruhe Lass mich Ich will doch nur Ah So viele Leute Haben die ja dann Ausgang bekommen oder was? Oh, da ist Russland Ah Da ist Gimper Nein, Gimper möchte ich nicht Nein Nein, Russland Ah, naja, Russland Ich bin da, ich weiß nicht Russland Muss das jetzt sein? Wow Hey, er lässt mich tatsächlich in Ruhe Das ist cool Oh Hey, Lisa Hey, Russland Lasst mich doch einfach alle in Ruhe Oh Ja Den könnte ich essen Das würde mir gefallen Ja, jetzt verfolgt der mich wieder Ganz toll Oh, da ist auch jemand Ich habe gerade das Bedürfnis weg zu fliegen Und mir ganz viele Kugeln zu holen Um groß zu werden So, wie sieht's aus? Gar nicht da Hey Oh, oh Verdammt Das würde mich gerade interessieren Wie lange ich aufnehmen Sehe ich das? Ne Sehe ich nicht Machen wir noch eine Runde Die gingen jetzt alle relativ schnell Ja, warum nicht? So groß wären ja die Folgen nicht Von der Dateigröße her Yay Wir haben noch eine Runde gemacht Alter Entweder bin ich heute unkonzentriert Oder das sind Kick mal Ja, ich kick das gleich dahin Ähm Ich glaube, es sind einfach ein paar Viele Wir sind einfach super Ich würde einfach mal sagen Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder Habe ich gerade so beschlossen Wenn es euch trotzdem gefallen hat Gern einen Daumen da lassen Und in der nächsten Folge Sind wir hoffentlich ein wenig erfolgreicher Bis dahin Tschüss